Achaia Achaia, Achaia, ist ein griechischer Regionalbezirk im Nordwesten des Peloponnes, er gehört zur Region West-Griechenland. Er ist umgeben von den Regionalbezirken Elis in Sudwesten, Arkadien im Süden und Korinthien im Südosten. Der Golf von Korinth im Nordosten und der Golf von Patras im Nordwesten bilden natürliche Grenzen. 300 PX-Pipe-Symbol Sam-Pipe-Symbollage der Region Achaia im Westen von Griechenland auf dem Peloponnes. Regionen 300 PX-Pipe-Symbol Sam-Pipe-Symbol im Vureikios-Tal der Bezirk gliedert sich in fünf Gemeindebezirke Egyalia, Eimantos, Kalafrüta, Patras und West-Achaia. Orte-Egion, Egyalia, Diakopto, Egyalia, Kato-Achaia, West-Achaia, Kalogria, West-Achaia, Touristenort mit breitem Strand Patras, drittgrößte Stadt in Griechenland. Hafen und Hauptstadt der Region. Weitere Ziel 300 PX-Pipe-Symbol Sam-Pipe-Symbol Vureikios-Tal beim Kloster Megaspilaio Sehenswürdigkeiten 300 PX-Pipe-Symbol Sam-Pipe-Symbol Kloster Megaspilaio Wureikios-Schlucht Der kleine Fluss Wureikios entspringt in den Aruania-Bergen, auch Schülmus-Gebirge, und mündet in Diakopto in dem Golf von Korinth. Wanderungen in der Wureikios-Schlucht im Oberlauf des Flusses sind recht populär. Durch das Tal führt die Trasse einer Schmalspurzahnradbahn, deren Gleise erst in den letzten Jahren renoviert wurden. Sie ist inzwischen jedoch, vorübergehend, stillgelegt. Kalafrüther Der Ort Kalafrüther, erreichbar von Diakopto über eine kurvenreiche Landstraße und die Zahnradbahn, ist Zentrum des gleichnamigen Gemeindebezirks. Die Erinnerung an die Massenhinrichtung des deutschen Militärs vom 13. Dezember 1943 wird aufrecht erhalten durch ein Mahnmal und durch das Museum der Stadt Kalafrüther. Kloster Agia Lavra 200 PX-Pipe Symbol Sam-Pipe Symbol Ikonostase Kloster Megaspilaio Das Kloster hat für die Griechen den Status eines Nationalheiligtums. Hier wurde am 25. März 1821 die Fahne der griechischen Befreiungsarmee gesegnet. Auf dieses Datum geht auch der griechische Nationalfeiertag am 25. März zurück. Das Kloster wurde im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und um 1850 wieder aufgebaut. Kloster Megaspilaio 300 PX-Pipe Symbol Sam-Pipe Symbol Quelle in der Höhle des Klosters Megaspilaio Der Name des Klosters bedeutet große Höhle. Es wurde gegründet im 8. Jahrhundert und steht in einer Höhle unter einer hoch aufragenden Felswand. Bedeutendstes Heiligtum in diesem Kloster ist eine Marienikone, die angeblich von dem Evangelisten Lukas geschaffen wurde. Das Kloster macht von außen einen recht modernen Eindruck, es wurde um 1950 wieder neu erbaut, nachdem es im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört wurde. Über den Bausteh kann man geteilter Meinung sein. Innerhalb der Klostermauern soll nicht fotografiert werden, auf keinen Fall mit Blitz. Die Klosterkirche hat ein sehenswertes Portal aus Bronze, zu beachten auch die Ikonen und die recht düster wirkende Ausmalung der Kuppel aus dem Jahr 1653. Im Klostermuseum sind liturgische Gewänder und Gefäße ausgestellt. Einen Stock tiefer gelangt man in die Höhle, der dortigen Quell werden heilende Wirkungen zugeschrieben. Sonstiges Spileoton Limnon, Höhle der Seen, Tropfsteinhöhle bei der Ortschaft Castria. In dem unterirdischen Bett eines Flusses haben sich hintereinander mehrere Sinterbecken als Seen gebildet. Die Höhle ist im Rahmen von Führungen, nur griechisch, zugänglich. Zillosee in der Nähe von Akrater. Der Bergsee entstand 1912, als ein Bergrutsch dem Fluss Krati den Weg versperrte. Nachtleben Das Nachtleben in Achaia ist zum größten Teil von Strandbars und Strandclubs wie dem berühmten Coorsarus. Daneben finden sich aber noch viele Bars und Kneipen in den kleinen Dörfern und Städten Achaias. Zillosee in Achaia